Willkommen zu einer weiteren Spezialfolge ARK. Und zwar habe ich ja in Folge 47 gesagt, wenn wir mindestens 15 Likes bekommen, dann zeige ich, wie man eigene Bilder, die man zum Beispiel in Gimp, in Photoshop oder von mir aus auch in Paint erstellt hat, in ARK importieren kann. Und wie man sie dann auf eine Flagge bekommt, auf ein Metalstein oder was auch immer. Ich werde jetzt hier sogar auch noch zeigen, wie das mit einem Vogel funktioniert, weil ich möchte nämlich ein Design machen für Sophie und möchte das in Paint machen, weil hier beim Vogel gibt es mit dem Bemalen ein kleines Problem, das werden wir dann auch noch sehen. Weil man hier nämlich nicht mit Punkten malt, sondern mit einem Strich irgendwie. Auf jeden Fall. Also ich zeige es an einem Metallschild, das an der Wand, also Metal Walls sein, an einer Flagge, an einem Metallschild und an einem Holzschild. Und dazu hole ich mir mal jetzt von jedem eins. So. Und. Wobei das Fundament ist, das Metallfundament braucht man nicht wirklich. Ich baue jetzt hier eine Wand hin. Da mache ich dann das Schild drauf. Das sieht in Wirklichkeit, also beziehungsweise es erscheint größer, als es eigentlich ist. Weil das nämlich hier, also wenn man jetzt mal unten auf die Leiste guckt, wo bei mir, bei mir liegt es auf dem neuen, dann denkt man, das ist so groß wie eine Wand. Das ist eigentlich nur so ein publikes kleines Teil. Okay, jetzt kommt noch die Flagge. Flagge. Das Metallschild. Und das Holzschild. Machen wir mal oben dran. Weil beim Holzschild gibt es die Besonderheit mit diesen Ecken, die da rauskommen und die sind nicht gerade. Hier zum Beispiel ist es ja gerade, wobei es ein bisschen schief ist. Es ist so, dass ich nämlich jetzt hier die Sache erstmal anmalen werde, speichern werde, damit ich eine Vorlage habe und weiß, bis wohin man eigentlich irgendwie was malen kann. Und dass es dann drüber rausguckt. Dazu habe ich jetzt hier, genau, eine Pinsel. Ich habe grüne Farbe, weil man das einfach, das ist eine markante Farbe, die sieht man einfach. Und werde jetzt hier einfach mal anfangen, den Rand anzumalen. Man muss es ja nicht komplett ausmalen. Wichtig ist ja einfach, dass man weiß, wo sind die Kanten, wo muss ich aufhören zu malen. So, das machen wir dann hier so. Wo haben wir da alles? Haben wir alles? Okay. So, dann hier. Also ich male jetzt auch gerade dick, einfach damit es einfacher ist. So, im Prinzip reicht es ja schon. Das werde ich jetzt speichern. Safe Paint. Metal Wall Sign. So. Schließen. Dann, das mal zum Schluss, das ist nämlich am aufwendigsten. Dann machen wir erstmal das hier. Dann machen wir jetzt auch mal hier. Auch das Ding hier mit, dann kann man das eventuell auch mal bemalen. Muss mal gucken, wie es mit dem Tempel aussieht. Die Farbe ist aus. Neue Farbe drauf. So, da hier, die untere Kante. Die Kante und die obere. Mal jetzt nochmal genau nachfahren. Ja, das sieht gut aus. Wie es ist von hinten. Ah, von hinten ist es dann direkt komplett. Okay. Äh, Safe Paint. Metal. Ach ja. Metal Sign. Set. Close. So, dann noch das Holz. Das Holzschild. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch Wald. Also, das ist doch... Upsa. Das ist mal zu viel. Da kann man gar nichts bemalen an dem Punkt. Okay. So. Ich glaube, dass es auf dem Holz auch nicht unbedingt so gut aussieht, wie, ähm... Wie auf dem Metall, aber... Oder auf der Flagge, aber mein Gott. Kann man teilweise nämlich... Die kleinsten Stellen nicht bemalen. Aber gut. Wir probieren es zumindest mal, ne? Das hier mache ich einfach mal ein bisschen näher. Das kann natürlich auch hier... So, jetzt ist eh die Farbe aus. Ähm... Mal kurz gucken, was hier hinten... Okay, gut. Safe Paint. Wooden Sign. Ach, Mensch. Wooden Sign. Set. Close. So, und jetzt noch die, ähm... Die Flagge. So. Dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Farbe brauchen, ja? So. Das sieht Farbe aus. Äh... Den rechten Rand, den oberen Rand, das sieht man gar nicht ganz. So, jetzt. Vorteil bei dem, äh... Bei der Flagge ist, dass es gleich vorne und hinten gemacht wird. Wobei, kann man auch als Nachteil sehen, wenn man natürlich vorne und hinten unterschiedliche Sachen drauf haben will, dann geht es nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt, dass es geht. Na, jetzt gucken wir mal, ob hier noch das ist. Das weiß, aber es geht irgendwie nicht hier oben drauf. Weil, mich bin ich mal gespannt, wie das im Template nachher aussieht. So. Jetzt gleich jetzt von unten noch. Farbe aus. So. Wenn man zum Beispiel das, ähm... nicht als weißen Hintergrund haben möchte, sondern als anderen, dann ist es, glaube ich, dann wäre das jetzt relativ wichtig. Sonst hätten wir nachher unten noch einen weißen Hintergrund. Wobei, man sieht jetzt hier schon, dass man das weiß wohl nicht ganz wegbekommt. So, komm. Zack, zack, zack. Und... So. Okay. Safe Paint. Äh, Flagge. Na, hach. Flagge set. Close. Ähm, jetzt haben wir das, das, das. Da lade ich, also beim Vogel lade ich gleich ein Template von einem der Programme, das dabei ist. Einfach, weil den ganzen Vogel anzumalen, da sieht man schnell was. Also da kann man unterm Flügel was übersehen oder keine Ahnung. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal ins Windows. Ich kann leider nicht direkt ins Windows, wegen Aufnahmeprogramm. Ähm, deswegen machen wir jetzt hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns gleich in Windows. Bis gleich. So, da sind wir jetzt in Windows. Ähm, ich habe jetzt hier mal die Links aufgemacht, die in der Videobeschreibung drinstehen. Das müsste der erste, das erste Tool sein, was drinsteht. Das müsste das zweite Tool sein, was drinsteht. Beim ersten Tool hätte ich eigentlich auch einen anderen Link reinnehmen können und zwar ist es so, dass man hier erstmal zu diesem Guide klicken muss. So, dann eigentlich nochmal hier draufklicken. So, und hier hat man jetzt die Möglichkeit, das Programm runterzuladen. Das einfach speichern auf der Festplatte. Ich habe das schon gemacht, hier ist es, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal runterladen. Äh, bei dem zweiten Tool kann man sich das von der Dropbox runterladen. Da braucht man sich auch nicht registrieren, auch wenn es erstmal so aussieht. Also man könnte jetzt hier nur den Converter runterladen und alles andere nochmal irgendwie extra, aber wir sagen einfach hier runterladen, als Zip. Dann, äh, kann ich, brauche ich hier nicht auch nichts ausfüllen. Ich kann hier einfach auf Nein Danke weiter zum Download. Dann, ähm, genauso speichern, habe ich auch schon gemacht. Hier der A-Converter ist schon da. Und, ähm, man hat die Sachen. So, dann, ähm, gibt es hier die, die Zip-Dateien, die entpackt man einfach. Ich benutze Winrad zum Beispiel. Könnt benutzen, was ihr wollt, äh, euren Lieblings-Entpacker. Das entpack ich jetzt beides mal, jedes jeweils in den Ordner, wie, wie das Zip-Datei selber heißt. So, und jetzt, ähm, äh, findet ihr die Paintings generell in Arc im Steam-Ordner, Steam-Apps, kommen. Dann findet ihr hier alle eure Spiele, auch in dem Fall dann Arc, Shooter Game, Saved My Paintings. Da haben wir jetzt einmal die Flagge, die wir angelegt haben, das Metallsein, Metall Wallsein und Wooden Sein. So, die kopiere ich jetzt mal hier rein. Jetzt, ähm, lade ich, jetzt wollen wir ja aus diesen, ähm, aus diesen PNT-Dateien, wollen wir jetzt ein Bild haben, was wir dann in Photoshop, Gimp oder wie auch immer bearbeiten können. Äh, deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal den Arc-PNT-Editor, weil der einfach ein paar mehr Optionen hat. Also, ich zeige jetzt mal noch das andere Programm. Ähm, das hat halt jetzt nicht, also es hat zwar auch schon ein paar Einstellungen, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel, glaube ich, nur Bilder öffnen und kann die in, äh, diese PNT umwandeln, aber nicht PNT in Bilder. Von daher, ähm, finde ich den anderen einfach besser. Load Arc PNT-File. So, jetzt habe ich hier die Flagge. Jetzt kann man sich aussuchen, wie man es hier angezeigt haben will. Eins zu zwei, dass einfach die Vorschau besser ist. Im Prinzip speichert das aber immer in, ähm, in einem Quadrat. Also, ich sage jetzt hier einfach mal Safe as Image. Dann, ich lasse die einfach gleich benannt, nur mit der Dateiänderung PNG. So, speichern. Ach, halt falsch. Dann lade ich jetzt noch die anderen. Das Metal Sign. Das wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich dies hier besser. Also, die Ansicht hier. Zwar auch nicht ganz eins zu eins, aber, ist schon mal breit Format. Safe as Image. Speichern. Dann, Metal Wall Sign. Safe as Image. Speichern. Und noch das Letzte. Das ist nämlich das ganz Interessante, weil hier sieht man nämlich jetzt, wo man eigentlich überall malen kann, was dann auch wirklich dargestellt wird. Safe as Image. Deswegen, wenn wir das jetzt auch mal verwenden als Beispiel, wo ich hier etwas reinmale, beziehungsweise ein Bild einfügen werde. So, jetzt haben wir die alles als Image. Jetzt, öffnen, öffne ich mal das Wooden Sign in Photoshop. Öffnen mit Photoshop. So, da habe ich schon was probiert gehabt. Aktualisieren. So, und zwar, und zwar, ähm, sieht man jetzt natürlich, das ist wie gesagt ein Quadrat und auch nicht unbedingt groß. Man hat hier gerade mal eine Auflösung von 128x128, äh, Bildgröße. und deswegen, ich mache jetzt einfach, hier 200% raus, dass ich zumindest es vom Format her richtig habe. Es ist dann zwar nicht ganz, weil ich glaube, es müsste ein bisschen kürzer sein, ungefähr bis hierhin, also bis hier. Auf jeden Fall lade ich jetzt erstmal, hier habe ich schon vorbereitet, das Kühlken, ich werde jetzt aber hier noch, weil man es nachher eh nicht erkennt, noch, ähm, ich sehe nämlich gerade, dass man hier noch was hat. Das muss weg. Und dann tue ich das hier noch weg, das erkennt man den Kleid nachher eh nicht mehr. So, Strang C, das tue ich jetzt, das packe ich jetzt hier rein, ist natürlich viel zu groß, weil die Vorlage sehr klein ist. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen kleiner. So, dann drehe ich das noch. Einfach damit es drauf passt, kann natürlich auch ein komplett anderes Bild nehmen, aber, so, und wie gesagt, dadurch, dass die, äh, Proportionen nicht richtig sind, ziehe ich es jetzt noch ein bisschen in die Länge, nicht ganz so viel, weil es doch relativ dran, nah dran kommt. So, das, äh, lasse ich jetzt so. Äh, die Ebene blende ich aus, weil ich will ja das Grün nicht mehr in, auf dem Schild haben. Und, ähm, was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann jetzt noch die Farben reduzieren, auf die Farben, die es in Arc auch möglich gibt. Bild, Modus, indizierte Farben, äh, ja, ja, genau, okay, so. Äh, er macht mir jetzt natürlich automatisch den Hintergrund in der entsprechenden Farbe, aber das können wir gleich wieder raus machen. Ähm, so, hier kann man, Benutzer definiert, hier kann man nämlich eine, äh, Palette laden, von, äh, dem, PNT Editor, ARC, dieser, ARC PNT Editor, der bringt eine Palette mit, sowohl für GIMP als auch für Photoshop, mit GIMP kenn ich mich leider nicht aus, deswegen mache ich Photoshop, ist eine ACO Palette, die habe ich hier schon geladen gehabt, ähm, dann reduziert er das auf diese Farben, mit dem Dither muss man ein bisschen rumspielen, also bei 100% finde ich es zu grisselig, 50 geht noch so, muss man gucken, 35, 10, das wird halt schon zu krass, da ist der Schatten, finde ich ein bisschen zu krass, ja, wobei, ne, ich mach mal, ich lass mal 35, so 35, lass mal, so, das ist, okay, jetzt, ähm, nehme ich das Ganze, mache ein neues, neues, er nimmt mir automatisch, ne Quatsch, ich mach jetzt erstmal, die Bildgröße wieder richtig, Bildgröße, mach hier wieder auf 128, dann wird es jetzt selber da gestreckt, oder beziehungsweise gestaucht, nimm das, jetzt machen wir eine neue Datei, fügt es da ein, damit ich nämlich den Hintergrund wegkriege, und da muss man jetzt halt gucken, dass man, ja, weil er jetzt halt hier reingeht, werde ich das jetzt mit dem Werkzeug hier etwas, etwas nachbearbeiten, so, so, und dann hier wieder abschließen, so, so sieht es doch ganz gut aus, ähm, und dann mache ich jetzt hier einfach entfernen, so, und das speichere ich jetzt, für Werk und Geräte, als PNG, als PNG, speichern, und das nenne ich jetzt, wooden wall, sein gar, weil hier gibt es auf jeden Fall eine Begrenzung, ich weiß nicht wie viel, aber ich mache jetzt einfach mal mit gar, speichern, so, dann haben wir hier schon mal die Vorlage, als PNG, jetzt öffne ich wieder den Arc, PNT Editor, sag, Load, Arc PNT, man muss immer vorher erst die PNT laden, und dann, um dann das Bild reinladen zu können, wooden wall sein, Load Image, das wollen wir drauf haben, nein, wir haben schon die Farben reduziert, so, so sieht es dann aus, save as Arc PNT File, wooden wall sein, gar, speichern, es bin saved, nee, wir brauchen keine Vorschau, so, jetzt können wir das mal zumachen, wieder hier hingehen, jetzt haben wir hier unser, PNT File, das kopiere ich jetzt einfach hier mit in den Ordner rein, my paintings, der Arc, PNT Editor, bietet auch noch, Templates für, verschiedene, also hier hätten wir theoretisch auch ein Template rausholen können, aber ich wollte nur euch zeigen, wie ihr das machen könnt, falls ihr hier keins findet, die Dinos, Argentavis zum Beispiel, das kopiere ich jetzt einfach raus und tue es hier rein, weil da habe ich nämlich was vor, wegen den Augen, ähm, der, Arc Converter bietet glaube ich auch die Templates, und zwar bietet er einmal die Templates als PNG, auch schon direkt, und hier wohl nochmal, die Templates als, als PNT auch, also von daher, von den Templates her, sind sie beide ganz gut ausgestattet, ähm, fürs Konvertieren finde ich aber diesen, diesen, Arc PNT Editor ein bisschen besser, so, jetzt haben wir die Sachen gemacht, ich habe das mal mit dem Button of Wall Sign, äh, mit dem Button Sign als Beispiel gemacht, und dann sehen wir uns gleich in Arc wieder, wo ich das, äh, mal drauf male, und mit dem, äh, mit dem Argentavis, noch, äh, was in diese Vorlage reinmacht, damit ihr seht, was ich mein, wegen dem Malen und den Augen, bis gleich, so, das sind wir auch schon wieder, ich hole mir jetzt mal, von jeder Farbe etwas, weil wir werden viele Farben brauchen dafür, um das zu malen, so, ich hole mir mal von jedem 10, ach, wisst du was, komm, zack, 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 wir haben's doch, zack, 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 und die hier noch natürlich, so, und, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, also ich werde jetzt erstmal, das löschen hier, wobei, die Prokulationen hätten sogar fast gepasst, so, so aussieht, na, so, Erase, Load Paints, Wooden Wall Sign Gar, er sagt jetzt hier, was wir brauchen, 0% of Pink, weil, na, die Zunge ist pink ein bisschen, und man braucht wahrscheinlich 0,05 oder 0,4 oder so, was man jetzt abgerundet, egal, leider wird da eins verbraucht, wir haben aber genug, wir brauchen, es fehlt nix, also, gib ihm, äh, ja, okay, also, das Bild ist definitiv, nicht für ein Holz, äh, Schild gemacht, okay, naja, ähm, ihr wisst auf jeden Fall, wie es geht, die Proportionen, ich jetzt gar nicht so, lang ziehen müssen, ich glaube, die Proportionen waren doch schon ganz in Ordnung, sogar, äh, wir können mal gucken, was wir sehen, was wir jetzt hier drauf machen, weg, ach so, dafür habe ich das nicht, naja, okay, Metallzeiten, okay, hätte man eigentlich auch gleich machen können, naja, egal, ähm, so, das gleiche gilt natürlich für hier und für hier, aber, ähm, ihr seht, dass das, 2 zu 1, 1, doch, das könnte sogar passen, ja, 2 R, wobei, naja, also, ihr könnt damit rumspielen, ihr wisst jetzt, wie es geht, und, äh, ich zeige euch jetzt noch, was ich meine, und zwar, nämlich, wenn ich jetzt hier hingehe, und sage, Loadpaints, Agentavis, der braucht, 4 mal weiß, Select, haben wir aber da, so, 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 ähm, jetzt, kann ich direkt hier weitermalen, und zwar, gehe ich jetzt mal hier ganz nah ran, und dann seht ihr nämlich, was ich meine, ich nehme jetzt mal, ne, komm, ne, pink, das ist sehr auffällig, so, wenn ich jetzt hier einfach nur einmal einen Punkt mache, so, habe ich hier eine ganze Linie, und das ist halt einfach, ich finde das ein bisschen blöd, ähm, oh, von innen wir mal, so, äh, so, 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 genauso machen wir uns noch hier, so, so, hm, das ist blöd, weiß, da gehen wir nochmal drüber, so, äh, pink, pink, so, ähm, ich hoffe, ich treffe das Auge nachher richtig, weil ich will eigentlich nicht, dass das Auge weiß gefärbt ist, oder halt generell eine Farbe hat, sieht einfach blöd aus, deswegen save ich das, äh, speichere das nochmal, sag jetzt hier, ähm, Argentavis, ice, also mit Augen, sag jetzt einfach mal, set, close, so, das ist im Prinzip alles, was ich jetzt hier schon mal gemacht habe, einfach nur damit ich hier die, die weiß, wo die Augen sind, ungefähr zumindest, das ist ungefähr in der Hälfte von dem Strich, ein bisschen weiter oben von dem Strich, und, ähm, wird man nachher im, im Photoshop sowieso nicht wirklich treffen, ihr seht es gleich, warum, äh, ja, wir sehen uns gleich im Windows wieder, bis gleich, so, da sehen wir wieder, äh, wir haben jetzt hier, Argentavis ice, als, äh, PNT-File, das kopiere ich mir jetzt einfach auf oder raus hierhin, öffne es im Arcpnt-Editor, load Arcpnt-File, Argentavis ice, jetzt sieht man nämlich hier von einem kleinen, identifizell lila, so, deswegen, Augen treffen, ja, mal gucken, ähm, safe as image, deswegen will ich nicht die Vorlage benutzen, direkt, ich hätte ja die PNT, äh, die PNG-Vorlage von dem anderen, von dem Arcconverter hier nutzen können, aber da fehlen halt die Augen, dann weiß man nicht genau, wo die Augen hinkommen, so, so sieht es aus, jetzt, ähm, brauchen wir das nicht mehr, jetzt haben wir das hier so gespeichert, jetzt ist das hier irgendwo, da ist es doch so, jetzt öffne ich das im Vorfeld, Photoshop, öffne ich das im Vorfeld, ähm, mache mir hier einmal, die Bildgröße anders wieder, damit ich das wieder auf, die doppelte Breite habe, es wird jetzt halt gestreckt, das heißt, nachher wird es auch wieder zurück gestreckt, muss man gucken, wie es aussieht, Bild, Arbeitsfläche, ich mache mir auch noch ein bisschen größer, damit ich ein bisschen arbeiten kann, einfach, mache jetzt auf 300%, so, dann habe ich hier einfach ein bisschen Fläche drumherum zum Arbeiten und kann jetzt hier schön mit einem, äh, mit einem Werkzeug, und zwar mit, äh, dem, äh, Stiftwerkzeug, hier schön außenrum fahren einmal, so, 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 so. Um mir dann hier schön Muster zu machen. Das wird nachher noch abgerundet, so, so, so. So, jetzt kann ich hier nämlich noch sagen, ich hätte es gerne, ne, Sturm Z, ich muss dann das Werkzeug wechseln, sondern kann ich nämlich hier sagen, ich hätte es gerne, so, und zwar, so, bisschen abgerundet, ich muss das gleich ein bisschen rausziehen noch, na, das machen wir dann nachher wieder mit dem Werkzeug hier, also ich mache jetzt hier noch die, ich mache das jetzt hier noch ein bisschen schön, und wir sehen uns gleich wieder, bis gleich, so, jetzt habe ich das einigermaßen hinbekommen, glaube ich, ich meine, da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachher rausschieben, so, und dann hier entsprechen wir noch ein bisschen rausschieben, so, Demo vielleicht noch ein ganz klein bisschen rausschieben, so, ja, machen wir es lieber ein bisschen größer als zu klein, nachher sind da noch weiße Spitzen dran, so, wir können aber auch nicht die Auswahl ändern, also, was wir jetzt noch machen ist, mit dem Werkzeug machen wir daraus jetzt eine Auswahl, Auswahl erstellen, okay, und machen dann noch eine neue Ebene, jetzt sagen wir mal Auswahl, Auswahl erweitern, muss man verändern, Auswahl speichern erstmal, erstmal Auswahl speichern, Auswahl speichern ist immer gut, so, dann können wir nämlich jetzt die Auswahl verändern, Auswahl, Auswahl verändern, erweitern, ich mache aber auch fünf Pixeln, so, dann können wir nämlich jetzt anfangen, und zwar möchte ich gerne von Rot nach Gelb, das heißt, ich lade jetzt hier erstmal, ähm, ich ersetze das Farbfelder, und zwar lade ich hier auch wieder diese, diese Palette, so, dann habe ich nur noch die Felder, die ich wirklich auch hier habe, und jetzt kann ich anfangen, jetzt kann ich nämlich sagen, ich hätte gerne die hier, und sag jetzt, dass ich die Fülle, also bearbeiten, Fläche füllen, ist mit Shift und F5, geht aber auch mit Alt und Drücklöschtaste, so, da mache ich die mal auf 30%, damit ich noch drunter sehe, äh, so, jetzt ändere ich die Auswahl, mache so ein bisschen nach oben, mache nochmal eine neue Ebene, mache jetzt hier nochmal, ähm, 30% Deckkraft, ach so, Moment, jetzt nehme ich hier die hier, weil die müsste eigentlich heller sein, mache das mal noch so, jetzt schiebe ich die einfach runter, die nach oben, und schiebe die hoch, so, jetzt mache ich nur die Auswahl, jetzt mache ich eine neue Ebene, schiebe ich nur die Auswahl nach oben, um 10 Pixel, also mit Shift-Taste und Pfeiltaste, kann man die um 10 Pixel verschieben, immer die Auswahl, ähm, so, jetzt genau, jetzt haben wir die Farbe, haben wir die Farbe, als nächstes würde meiner Meinung nach, die Farbe herkommen, machen wir hier auch wieder 30% Deckkraft, Fläche füllen, neue Ebene, nach oben schieben, Ebene, Deckkraft ändern, dann würde jetzt kommen die hier, meiner Meinung nach, so, neue Ebene, Auswahl nach oben, Deckkraft ändern, Auswahl nach oben, käme das hier, sieht zwar nach Rot aus, ist aber Orange, steht da eigentlich die richtigen, Cantilogue, oh cool, so, Orange, Fläche füllen, neue Ebene, nach oben, 30% Deckkraft, dann kommt Rot, Pink, lassen wir mal außen vor, so, dann neue Ebene, Deckkraft ändern, Auswahl nach oben, und dann käme eigentlich schon die, das ganz dunkle Rot, so, ähm, was man jetzt natürlich sieht, ist, dass, ähm, man hier, schön immer den gleichen Abstand hat, aber hier nach rechts immer weniger, ähm, da müssen wir mal gleich gucken, ob wir das vielleicht noch anpassen können, mit, indem man das alles ein bisschen, zieht, vielleicht die Auswahl von Kleinen und Sollen, ok, kriegen wir aber auch noch hin, wir haben alle Farben drin, wir haben die Farbe drin, die Farbe müsste, wir haben, genau, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Farben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Farben, okay, das passt, jetzt muss man natürlich den halt noch anordnen, gucken, dass die auch, ähm, da reinpassen, und das von jeder Farbe auch was zu sehen ist, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal so, dann müssen wir jetzt halt gucken, ob man hier nicht irgendwie noch was abschneidet, so, so haben wir zumindest jetzt hier überall ungefähr den gleichen Abstand, jetzt schieben wir mal alle Ebenen noch ganz klein ein bisschen nach oben, so, so, jetzt machen wir die hier, so, die Breite, Breite machen wir auf, wenn ich sie ein Pixel habe, ein Pixel, so, das ist super, dann machen wir die jetzt mal, äh, machen wir die mal, 40 Pixel, kleiner, hat er das jetzt gemacht, ja, hat er gemacht, okay, das ist ein bisschen alt, ne, doch, eigentlich finde ich das so in Ordnung, so, nehmen wir die nächste, machen wir, kann man so machen, so, 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 nächste, Breite, so, so ungefähr, nächste Breite, stammt, zack, kleiner, so, und jetzt noch die letzte, stammt, breite, kleiner machen, so, man sieht es hier auch, das hier nicht so ganz, aber egal, jetzt können wir nämlich folgendes machen, jetzt haben wir diese Auswahl, kennt ihr um, Auswahl, umkehren, es ist alles quasi alles aussage markiert, jetzt markieren wir die hier und sagen einfach, entfernen, 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 so, und jetzt haben wir die hier, jetzt müssen wir halt hier überall, geht es, wenn ich das jetzt hier mache, 100, so, sieht zuerst mal ganz bunt, ich bin mal gespannt, wie es aussieht, ach, wir hätten hier hinten vielleicht noch einen Strich machen sollen, wo das endet, egal, jetzt lassen wir es mal so, was wir noch, entfernen, ist, wir machen jetzt hier noch, so, wir machen jetzt hier noch, weg, 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 so, ja, mit den Augen, das ist ja das, was ich meine, das ist halt echt, ähm, das ist halt echt, blöd, aber man kriegt hier nichts, das geht nicht, also, ich werde jetzt mal hier, das erstmal wieder weiß machen, beziehungsweise Strang Z, jetzt mache ich hier einfach mal, mit, mir ist rot, ein Pixel, oh, ein Pixel ist schon zu viel, also, dann lassen wir es einfach weiß, Upsa, Strang Z, ähm, lassen wir es einfach weiß, weiß, können wir nachher drüber malen, also von daher, ich würde sagen, das lassen wir erstmal so, jetzt machen wir erstmal wieder die, äh, Arbeitsfläche, kleine, Arbeitsfläche, Arbeitsfläche, in Pixel, das waren 2, 5, 6, ne, 512 auf 2, 5, 6, ja, fortfahren, so, dann machen wir Bild, Bildgröße, 2, 2, 5, 6, jetzt sieht es halt wieder nicht ganz so gut aus, jetzt sagen wir mal Datei, für Web und Geräte speichern, speichern, und, genau, die ist noch ein, png, speichern, nein, speichern, dann machen wir hier, ähm, so, fieh bunt, speichern, so, jetzt haben wir das hier drin, argpaint editor, load argpaint file, agentavis, von mir aus die eyes, load image, den hier, äh, will ich nicht, weil hier habe ich schon, jetzt bin ich mal gespannt, save as argpaint, so, so, fieh, ach, komm, und, nein, jetzt, kann ich das hier rausnehmen, was ist das, ja, so, da rein, ach so, abbrechen, das ist das falsche, so viel bunt hier, Strang, Strang, und, dann sehen wir uns wieder in arg, bis gleich, so, da sind wir wieder, und, jetzt, gucken wir uns mal das Meisterwerk an, loadpaint, so viel bunt, braucht man jede Farbe, jede Farbe, wenigstens braucht man nicht, von irgendwas gar nichts, ich glaube, nur von weiß, brauchen wir zwei, ansonsten reicht, von jeder anderen Farbe eins, gucken wir mal, close, naja, das sind Striche dazwischen, das ist natürlich, ach Mensch, warum, ähm, was ist denn, da passiert, naja, so ganz, das ist vielleicht, weil wir es größer und kleiner gezogen haben, das ist dann, so aussieht, wobei es eigentlich schon cool aussieht, äh, würde mich mal eure Meinung interessieren, hier unten sieht man, also an den Federspitzen sieht man, das, achso, ich habe vergessen, den Körper, den Körper rauszunehmen, wobei, ja, hat was, also ich finde es hat was, das andere könnten wir jetzt noch fein justieren, mit einem Pinsel, also die, die Federspitzen, da fehlen noch ein bisschen, aber ansonsten sieht es doch irgendwie voll cool, also ich finde es auch mit den Strichen dazwischen, voll geil, wobei es jetzt auch nur so geil aussieht, weil der nämlich, ähm, also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, da überall, das sieht scheiße aus, ähm, und dass es jetzt halt nur geil aussieht, ist, weil der generell eine dunkle Farbe hat, wenn der jetzt grün wäre, dann würde er wahrscheinlich das grün durchgucken, das muss man halt dann nochmal nachpinseln jetzt alles, aber ich finde es sieht schon geil aus, eventuell hätte man, äh, das Gelb noch vor dem Tann nehmen müssen, das kann ich auch noch umtauschen, eventuell, und, ähm, also ich finde es cool, sagt mal wie ihr das findet, und, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr selber mal was eingefärbt habt, und irgendwie vielleicht das, äh, auf YouTube habt, dann schickt doch, macht doch gerne einen Link unten rein, in die Beschreibung, und können wir uns das auch angucken, und ansonsten, wie gesagt, schreibt mal wie ihr das findet, und, ähm, dann war's das eigentlich für die Folge, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, könnt ihr die gerne stellen, ich werde versuchen, die soweit ich kann, zu beantworten, und, ähm, weee, oh, guck mal, eigentlich noch nicht in was, äh, ja genau, auf jeden Fall, ähm, danke fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Part, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.